In dieser Übung geht es darum, einfach ein paar Potenzen zu berechnen. Dafür soll ausgekriegt werden 7 hoch 3, 7 hoch 4, 7 hoch 5 und 8 hoch 3. Wir wissen erstmal, 7 hoch 3 bedeutet 7 mal 7 mal 7, 7 hoch 4, 7 mal 7 mal 7 mal 7 und so weiter. Wie kriegen wir das Ganze jetzt raus? 7 mal 7 sind 49 und 49 mal 7. Entweder ihr kriegt es im Kopf raus oder ihr macht eine Nebenrechnung auf. Wenn ich das in der Nebenrechnung betrachte, 7 mal 9, da sind wir bei 63, schreibe 3, merke 6 und 7 mal 4, das sind 28, 28 und 6, da sind wir bei 34. Das heißt 49 mal 7 sind 334 und damit ist 7 mal 7 mal 7, also 7 hoch 3, 343. Jetzt will ich hier weitermachen, ich möchte haben 7 mal 7 mal 7 mal 7. Wir wissen schon mal, 7 mal 7 mal 7, also das hier ist 343. Das heißt, ich muss das wieder mit 7 multiplizieren. Mache ich wieder eine Nebenrechnung, komme ich raus bei 3 mal 7 sind 21, schreibe 1, merke 2. 7 mal 4, das sind 28, 28 und 2 sind 30, schreibe 0, merke 3. Und 7 mal 3, das sind 21, 21 und 3 sind 24. Und damit habe ich raus, 7 hoch 4, das sind 2401. Jetzt möchte ich wissen, was ist 7 hoch 5? Ich weiß jetzt schon wieder, 7 mal 7 mal 7 mal 7, also das hier ist 2401. Das heißt, ich muss nur noch diese 2401 mal 7 rechnen. Das kann ich wieder schriftlich machen. Und ich komme raus bei 7 mal 1, das sind 7, 7 mal 0 sind 0. 7 mal 4 sind 28, schreibe 8, merke 2 und 7 mal 2, das sind 14, 14 und 2 sind 16. Und damit weiß ich, 7 hoch 5 sind 16807. Das gleiche geht auch für 8 hoch 3 vom Prinzip her. Wir wissen, 8 mal 8 ist 64 und jetzt muss ich noch rauskriegen, 64 mal 8. Ich mache es wieder schriftlich. 4 mal 8, das sind 32, schreibe 2, merke 3. Und 8 mal 6, das sind 48, 48 und 3, da komme ich raus bei 51. Das heißt, 8 hoch 3 sind also 512.